Scheiße überladener Pyro Der Pisse ist wieder da, aber ne, den kann ich nicht wissen, Scheiße Warte, wenn er wieder da, wow What happened? Er durch die Luft geflogen ist Pisse Ja, es gibt hier in der Serverkonflikt, der teilweise ein paar ganz interessante Einschränkungen machen Ich kann zum Beispiel einstellen, wie weit die Leichen nach einem Abschluss spielen sollten oder sowas Also, ist teilweise echt witzig Das ist echt Oh, dieser Dämonite, der geht noch auf den Sack, ey Entschuldigung Der Kraftausdruck kann man ja überlegen Ja, naja, so viele Kraftausdruckungen wie in einigen anderen Let's Plays von irgendwelchen Dienern und Co verwendet werden Ist das hier, oder nicht, das ist eigentlich nur die ganze Zeit auf BIEP machen Wow, ich habe diese bekannten Worten, weil er ganz ficken sagt, aber das ist echt schlimm Jo Yes, ich habe Vegas gekillt Damit jetzt eine Serie ist beendet Aua, aua Okay, Glück gehabt Auf dem einen Server auf jeden Fall, wo auch Bots waren Die Engineers haben zwar ihre Sachen geupgradet Alle Aber die Medics Die haben es nicht für nötig Äh, da kommt ein Spy runter Also, die haben einfach nicht gehalten Okay, weg Ja Okay, Füße-Sniper ist vielleicht auch nicht so meins Ach, ein Bogen Ich kill hier Vegas die ganze Zeit, ich bin voll stolz jetzt Ja Kann ich ihm gleich mal unter der Nase reiben Aha, du bist gestorben Oder so Da geht's auf Bogen um Beiße Ein HP Oh, heavy Heavy weg Kann mir auch von da oben achten Scout von da oben hat mich mit der Pistole getroffen Wow Ha Wie heißt nochmal diese, diese, diese Flaschen da, äh, diese Glasbäcke, die man durch die Gegend wirft, wo die anderen dann mehr Schaden bekommen, bei Treffern? Äh, du meinst jetzt diese Füße, die heißt Jarate Okay Weißt du, was die kostet? Ähm, die kostet, also im Shop kostet die Warte, lass ich nach Mach ich jetzt mal eben Ja, ich bin hier grad mitten Okay, dann noch mal gucken Ähm, das müsste Sniper sein Ja Und dann, guck ich mal ganz hinten Kostet 69 Cent Okay Hier noch hier den Sydney Schläfer Der macht ja Oh, jetzt hab ich sie weggeschmissen Scheiße Der macht auch bei, ich glaub bei der Hälfte der Aufladung Wenn du da mit einem triffst, ist der auch, ähm, mit Jarate voll gesprit Und dann macht er auch Sprit Okay So, dann gibt's ja noch, ähm, die, die Milch Wenn du da auf, äh, die auf den Gegner schmeißt, dann kriegst du, ähm, 60% Leben zurück Okay Okay Also bei jedem, bei jedem Treffer 60% Leben zurück, glaub ich So war das, ja Weiße Ja Ja Was gibt's noch für Gras, Alter Ja, wir müssen nur versuchen das hier zu halten Oh, oh, heavy Das hat der, der Kiko hier, ne, der Gentleman of Lycia hat mich Ja, den Kiko hab ich gekillt gerade Das hab ich noch in der Killcam gesehen Oh, 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 okay Also, mir macht grad ziemlich viel Spaß, also wenn du Bock hast, können wir das ruhig mal öfters machen, so zusammen Ich find das auch ganz witzig, ja Also Habe ich mal jemanden anderen als nur Ray-Game LP, der natürlich auch cool ist Ja, ja, nix falsches sagen hier Äh, ne Und Abwechslung ist auch mal gut Oh, scheiße, steht sogar in der Sentry Ja, hab ich auch grad gesehen Aber ich hab drei Leute gefisst Ach, Mann Hier, mal eine Pfanne nehmen Ja, die Teleporter haben alle keinen Ausgang Natürlich auch so gut Ist auch sehr schön Hast du schon dieses, ähm, diesen, 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 diesen Tanz da? Hunga-Tanz meinst du? Ja Äh, ne, den besitze ich leider nicht, die, ähm, kann ich, glaub ich, will ich eigentlich auch gar nicht, weil Kommt's auf den Server, jetzt nehmen wir mal an, so ein Trade-Server, wo ich etwas drauf spiele Äh, wechsel zu irgendwie Heavy oder sowas, müssen die jetzt mal verteidigen Oh, scheiße, oh, scheiße Oh, scheiße Oh, scheiße Aber die kriegen mich nicht mehr Ich glaub mich hier, wie so ein Pussy in eine Ecke, okay, das hat nicht geklappt Ne, aber den Tanz hab ich nicht, weil man joint einfach auf dem Server Jetzt so ein Trade-Server zum Beispiel Denkt sich, jetzt machst du ein paar Sniper-Kills und alle sitzen so nur im Spawn und tanzen Konga Ja, teilweise hier, der Teil der Map, der ist ziemlich gut für Spice Probier einfach mal weiter, äh, Sniper zu spielen Ja, ja, als Sniper kann man sich hier oben ganz gut hinhocken, so hier irgendwo Also ich bin jetzt Bogensniper, also ich geh auf kurze bis mittlere Distanz Ach so, okay Warte, ich guck noch mal, ob der Kerl jetzt online ist, der mitmachen wollte Ja, ich guck mal, ob ich mir auch noch welche online sind, man weiß ja nie Äh, bleh, bleh Ach ja, der Tscheche oder Slowake oder sowas, das war alles klar Problem hier ist bei den Leuten, die ich hier hab, die haben fast alle die gleichen Namen, komischerweise Okay Oh verdammt, jetzt bin ich vom Server runtergejoint Verdammt, warte, 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 warte Ich join wieder drauf Und eigentlich nur was gucken und schon join ich einem hinterher, das tut mir leid Ja Okay, so lange wir in Team Rot gehen, ist ja alles okay So, ich komm ja schnell wieder drauf Jo Hoffe ich So Team Rot Einfach Ganz kurz hier Hey, das war auch nicht Fuck Oh fuck Fuck, 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 weg, weg, okay, gut Oh Kann ich nicht online so sein Hilfe, und ich bin tot Wege Wege Du hast mich schon lange überholt, ne? Naja, okay, ich hab jetzt auch wieder null Punkte Ja, okay Okay Ja, es joint jetzt gleich noch einer Also so gut Werde so besser Ja, der Tscheche, der gestern einfach mal so bekommen ist Ach, den hast du direkt geedit? Nö, der hat mich geedit Oh so Mir fällt grad auf, ich kann auch durch die Gebäude von Bots durchlaufen Der Demo verfolgt mich Okay Oh, scheiße Nein Oh, Vegas schon wieder, okay, das ist gut Ja So nicht Ja Oh, ich hab Angst vor dem Heavy hier Weg mit Ach, fuck Okay Oh, warte, 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 warte Warte, 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 warte Ich bleib Jetzt Nehm jetzt mal Pyro, genau Wollte ich ja grad auch schon machen Okay Fertig, anzune Scheiße, scheiße, scheiße Geht's jetzt wieder mitm Jo, jetzt leckt sich nicht so Alter Die ganzen Engineer Bots sind hier echt hier am Bauen bis zum Lied nicht mehr Jo Okay, die nächste Karte ist Bahnblitz Der Bahnblitz ist ganz okay Wenn ich gar nicht, also jetzt vom Namen her Ja Ja, man kennt die meisten Maps nicht so vom Namen her, weil man ist schon mal irgendwann auf den Server gekommen und die läuft oder so Jo So alle anzunehmen hier, einfach durch Ja Rumfackeln Ja, ich hab mir das trotzdem gemacht Ach, ja Okay Hilfe Oh Gott Nein, aah Fuck Vor allem in der Killm-Camp steht Ähm Dass da mein, mein Fuß rumliegt Aber da liegt von mir, beziehungsweise von einem Engineer einfach nur ne Hand rum Okay Darüber steht mein Fuß Jo Man sieht, der Ankerpitch Trinkt zwar Blut, aber ist nicht ganz realistisch Okay Geht's mal hier rum Die Bande ist der Karte Und Wer ist das denn? Weißer Nein Bist du? Verdammt 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 Oh, mein Ping ist grad ziemlich abgestürzt Ich hab grad ein Ping von 900 Oh Wow Eieiei Eieiei Ich kann's grad nicht sehen, ich hab die Bildschirmauflösung immer noch nicht geändert Okay Mach ich dann erst nach der Aufnahme Dein Mehl leckt das aber auch grad Ich würd gern meinen Ping wissen Dein Ping ist grad äh Ja, der ist sogar ganz in Ordnung Aber wahrscheinlich liegt's daran, dass mein Ping grad scheiße ist und dann Na, mal sehen Der wird aber langsam besser immerhin Wird dran liegen Wird dran liegen Wird dran liegen, ja So Verheilung von dem Engineer hier holen Ah, Heavy 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 Weg mit ihm Ach, Mist Ah, Miau Miau, Miau, Miau Na, ich hab das manchmal, wenn ich streame, dass der Ping einfach mal zwischendurch ins unendliche geht Ich hab die Kohiri erwischt Nein Ich hoffe, ich verbrenne nicht Ne Ich verbrenne nicht Ähm Auch scheiße Äh, da kommt überladener Pyro Hochgerannt Ne, die sind wieder runtergefallen Ne Ja, richtig Jetzt kommt Barneblitz Gleich Achso, ja, hast du ja schon besagt Jo Ist eigentlich schon der gute Check hier draufgejoint Ne, bisher noch nicht Glaube ich Ne, bisher nicht Kommt noch Glaub, Killermaser und Oh, hier, die spielen Ich hab den Hunsman gefunden mal wieder Ja, der Hunsman ist cool Achso, ich mag den Bogen Gibt's denn noch diesen, diesen Pieskinder Aus Thieves, oder wie es heißt Ja, genau Achso Joa, ich glaub, die schaffen das nicht mehr, oder? Also hoffe ich Alter Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die schaffen das glaub ich nicht He Ich verleihe einfach rein Oh, ach man Der hätte mit meinem, mit seinem Feuerdrachen dann laft ein bisschen Verbrenne, noch nicht Doch Scheiße So Okay Wir haben noch 5 Minuten Wir sind 2 durchgekommen Komm Hilfe Oh, mein Spiel hat sich schon wieder minimiert, was ist denn das für ne Scheiße Komm nämlich mit, mit der Maus noch nichts Was hast du, was hast du für ne Grafikkarte? Boah, keine Ahnung, frag mich das nicht Das ist nur richtig, richtig, richtig Richtig Also, Ute aller Sau So Aber das ändert sich bald Weil ich werd mir einen neuen Feld zähl zulegen und dann Das ist nie eine gute Idee Eine Probleme mehr Da weißt du, so vor den ersten zwei Monate gehalten Ein bisschen mehr zurücklegen, aber dann Bekaufen Wird da auch immer sein Ich weiß grad nicht so genau, was ich hier eigentlich mache Ich glaub auch nicht, ich glaub ich Der Moment in der Arm und wir sprengen uns beide gleichzeitig in der Luft Auch schön Ja Komisch ist meine Fraps-Zahl, die war mal Oben rechts Aber jetzt ist sie irgendwie Ehh 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 Manchmal denkt man sich, zumindest ich denke mir, na, einzig geht vielleicht doch geil, klar. Manchmal ja. Alter, wie viele Heavis haben die? Zu viele. Ich glaube, Tuhiri, Killer Masa und Vega sind der Wies. Und vielleicht noch ein, zwei Bots oder so und hier oben, nee, Vegas ist ein NG, ähm, ein Soldier. Okay. Er ist hier. Oh, scheiße, nein, nein. Verfolgt mit der Schaufel. Das Spiel runter. Ist wieder oben gelandet. War's das für ihn? Oh, 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 oh.